Hallo, mein Name ist Armin Wirth von der Firma Wirth & Horn und ich habe gerade eine Session gehalten über die E-Commerce-Architektur, also eigentlich die Maschine, die Software-Architektur, die unter dem Webshop liegt und die ganzen Verknüpfungen und habe dafür so ein kompliziertes Chart gemacht und habe versucht, eigentlich dieses Chart auch zu erarbeiten und zu vermitteln, dass bevor wir überhaupt E-Books verkaufen können, Lizenzen verkaufen können, Online-Geschäft verkaufen, physische Bücher und alles zusammen irgendwo an die Kunden bringen können, wir eine relativ komplexe Struktur haben innerhalb von Verlagen. Und wir haben kontrovers diskutiert, brauchen wir überhaupt so etwas Komplexes oder fehlen hier noch tausend Sachen, es fehlen viele Sachen. Ich fand aber die Diskussion sehr spannend und ich denke, das meiste sieht man dann in dem Chart. Danke.